Leute, heute sind Loco und ich mal wieder in Notruf Hamburg unterwegs. Aber wir haben mal wieder eine Challenge und zwar müssen wir 5 Sterne erreichen. Aber es sind doch nur Sachen erlaubt, die beim Dealer im Angebot sind, Leute. Ganz genau. Deswegen, Leute, Like, Amo nicht vergessen und wir gucken jetzt erstmal, was der Dealer hier feines für uns im Angebot hat. Schrotflinte und Schwert. Boah, das ist cool eigentlich. Ja, das ist eine gute Kombi erstmal. Kann man auch mal mitreißen. Ich kauf das hier schon mal, zack. Okay, Leute, das heißt, 5 Sterne nur mit Schwert und der Shotgun, Leute. Das heißt, wir dürfen nicht die Bank ausrauben, Bimo. Wir dürfen nur Juweliere machen und die Kassen. Oh no. Jetzt checkt nochmal unbedingt die Beschreibung ab. Da findet ihr Bimos Kanal und auch unbedingt unserem Discord beitreten. Jetzt viel Spaß beim Video. So, Leute, alles klar. Loco macht jetzt einmal sein Bugatti. Du bist gerade voll geglitscht bei mir. Oh, dein Internet ist auch ein bisschen broken, glaube ich. Ei, 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 ei. Oh, oh. Ich glaube. Du schießt nochmal auf den jetzt hier. Oh, ey. Ey, der nimmt mich mit. Lol, hä? Wie weit? Hä? Wie weit der nimmt mich mit. Das habe ich letztens auch bei einem erlebt. Also, der war auf meinem Auto und ich konnte ihn so weit mitnehmen. Okay. Alles klar. Ja, dann lasst uns mal zum Handwerksladen hier vorne direkt. Den ausrauben hier vorne. Der hat das Handwerksladen. Der bringt nämlich richtig Kohle. Mach du den Handwerksladen, ich mache Ares Tankstelle dann. Ist ausgeraumt. Ey, oh, Alter. So, hier gibt es nichts zu holen. Oh, oh, voll gerammt hier. Den Baum und das Schild. Oh, Mann. So, wir sind jetzt bei der Ares. Muss ich nämlich einmal tanken. Das ist aber ganz schön lange gebraucht, mein Junge. Ich war sogar beim Handwerksladen vorher. Ich habe kurz noch einen Unfall gebaut hier. Gib ihm. Gib ihm. Ey, Leute. Guckt mal, was Hugo da macht. Der braucht einfach eine Kasse aus. Ich glaube, das ist illegal. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, was du da machst, Mann. Ich habe jetzt schon zwei Sterne auf jeden Fall. Du auch? Nee, konnte nichts ausrauben. So, ah, ach so. War ja leer bei mir. Aus deinem Auto. Gleich einfach auf die Polizei ballern. Das bringt bestimmt noch mal ein, zwei Sterne. Tigi ist weitergefahren. Lol. Die ist einfach weitergefahren. Feuer wäre hinterher, aber keiner zu uns. Dann schauen wir mal, was da los ist. Ja, nicht das hier. Und dann lassen wir uns zum Juve. Wir sehen uns beim Juve, Leute. Alles klar, Leute. Komm schnell, komm schnell. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Hier ist jetzt richtig Action. Oh, Alter, ich habe hier voll reingenommen. Oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ich muss nachladen. Hinter mir ist das Kopf. Pass auf, pass auf, genau. Oh. Der ist fast down. Ja, er ist down. Oh yeah, Alter, weiter auf ihn. Alter, Alter, Alter. Sie ist, sie ist ausgestiegen. Nicht, nicht, nicht. Autos sind kaputt. Darf nicht. Mit der Schrotflinte auf die Reifen schießen, Alter. Die hat One-Shot gemacht. Ich bin einfach eingestiegen. Ich kann nichts machen. Ich glaube, die weiß nicht, wie man Leute rauskickt aus dem Auto. Das kann sein. Ich schwere mich wie im Weg. Ja, genau. Oh, 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 oh. Die hat dich voll hoch oben genommen. Bei mir gar nichts. Die ist einfach nur umgefahren. Also zur Seite umgefahren, ja. Hat wohl sie noch mit dem Schwert hauen. Okay, ich raub hier. Immer noch im Auto. Lol, ist ausgestiegen. Äh, bleib. Versuch aber nicht zu weit weg zu gehen hier. Lol, ich habe es geschafft, die Eimer zu schlagen. Mit dem Schwert kannst du keine Vitrinen kaputt machen. Okay. Ging nicht gerade, nee. Lol, okay. Oh, die fährt in den Knast jetzt. Die will mich verhaften, glaube ich. Ey, er klaut mir einfach. Ey, hier ist jemand. Hier schießt auf mich. Ich fahre einfach die ganze Zeit bei einer Polizistin mit, die nicht weiß, wie die mich rauskickt soll. Das ist so lustig. Okay, aber... K.O., hier ist jemand reingekommen. Er hat mich kaputt geschossen. Ach, so ein Cop. Habe ich nicht gesehen, dass so ein Cop ist. Oh nein. Bei dem kann ich nicht einsteigen. Zwei Cops hier beim Juve. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, Cop ist ausgestiegen gerade. Oh, genau. Okay, ich stehe dir mit Handschellen vor mir. Checkst du nicht, dass ich K.O. bin? Ohne Notarzt wirst du mich hier ganz schlecht bekommen. Hätte ich gesehen, dass das nicht ein Crime ist, Alter? Äh, so. Bulle, ey. Warum laufen Bullen so rum hier? Man, Leute, wir sehen uns, wenn ich wach bin. Sehr gut. Oi! Oh, Alter. Okay, ich hab's geschafft. Die ist down. Alter, auf einmal ausgestiegen. Und war's gut. Wo bist du denn jetzt? Ähm, Gas and Go. Oh, Gas and Go. Ich sag, fahr nicht zu weit weg. Oh, warte. Ich könnte vielleicht jetzt hier... Ach, nö. Bitte nimm mich mit. Bitte nimm mich mit. Nimm mich bitte mit. Äh, bitte, bitte. Nimm mich bitte mit. Oh, der ist doch doof. Oh, ich hätte ihn weiter einklemmen sollen. Oh, Mann. Doof, Kopf. Egal. Ich hab zwei Sterne jetzt. Ich werd jetzt einfach nochmal... Oh, oh, oh. Kopf, schieß auf mich. Gäste Kontaktstelle. Aber super weit weg. Die werd ich mit meiner Waffe niemals kriegen. Wo wir denn näher kommen. Aber ich hab auch nicht mehr viel Munition. Ich werd jetzt einfach nochmal ganz kurz hier... Tankstelle ausräumieren. Oh, zwei, fünf. Nochmal zwei, fünf. Drei 2500 Tabatzen. Hat die Gas and Go mir gerade ausgespuckt. Geil. Das ist crazy. Hey, der schießt auf mich. Hey. Ah, ich bin verhaftet. Echt? Okay, Leute. Ich muss von vorne anfangen. Das sieht nicht gut aus. Warte, vielleicht kann ich... Der Feuer fährt schon im Auto. Mann, ey. Schon auf dem Weg. Oh, Mann, ey. Krieg dir nicht. Ich hab nur noch sechs Schuss. Hör mir doch schwer so... Pass auf. Ich geh. Oh, ich geh. Nein. Nein. Los, weg hier. Geil. Ich könnte einmal hier die... Waffe refillen. Meine Sturzplinse. Oh, ich hätt... Ich würd so gerne jetzt ne bessere Waffe nehmen, einfach. Ich glaub, Leute. Ich hab gelieft. Ich gönne ihm die XP nicht. Hehehe. Schreibt der. Er schreibt irgendwas. Nein. Die sechs Energies hab ich noch. Er dachte, er kann tasern. Aber er hat's nicht geschafft. Oh, nein. Oh, nein. Gar nicht gut. Oh. Auf einmal holt er so ein Dings raus. Leute, ich sitz hier ein bisschen in der Klemme. Aber ich hab drei Sterne jetzt. Eieieiei. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist doof, nur mit dieser Waffe hier. Oh, ich treff ihn nicht mal, Leute. Ich muss hier weg. Ich schaff das nicht. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Oh. Sehr gut. Der kommt mir gleich hinterher gefahren, wahrscheinlich. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh. Das ist doch nervig. Warte mal. Ey, ich glaub, der ist ein Crime. Bitte nimm mich mit. Nimm mich bitte mit. Ey. Nein. Oh, oh, oh. Bin ich gut. Bin ich gut. Ja. Oh, nein. Nein. Hier ist Loll. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Oh, schnell weg hier. Weg hier. Weg hier. Alter, da ist auf einmal noch ein, äh, bin nett, schreibt er. Okay, Ehre. Hier ist der STK-Sniper auf einmal noch gekommen. Alter. Sehr gut. Okay, ich bin, glaub ich, über alle Berge, bohrter Typ lag, aber ein bisschen. So, bist du wieder auf dem Server? Ein Gefängnis, ne? Achso, ey. Nee. Er fährt mich zum Autohändler. Bist du der Echte? Ich schreib mittlerweile tatsächlich, nee. Echt? Er hat das, er fragt, loko, 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 kann ich Robux? Ich antworte nicht mehr drauf. Es ist eher so, was er fragt, kann ich Robux? Danke dir fürs Ende. Nee, ich bin fake. Leute, guck mal, hier ist jemand, der hat manchmal Juwel schon an meiner Vitrine bedient, also hat mich da schon geklaut, das hatte ich schon mal richtig schlicht die Karten bei mir. Jetzt fragt er, der erste Frage, loko, loko, kann ich Robux? Ich so, nein. Er fragt, ob ich der Echte bin. Können wir teamen? Nö. Das ist auch ein SEK, Leute. Der macht mich fertig. Das ist auch ein SEK. SEK hat mich einfach gerettet, Alter. Ähm, jetzt beim Autohändler. Autohändler? Junge, du hast eine Weltreise hinter dir, ey. Übels, übels. Aus, wenn ich sage, fahr nicht so weit weg. Kuss, geh raus an Prokiller, ey. Grüße, geh raus. Ohne Witz, der hat mich auf jeden Fall gesaved. Oh, ich glaube, mein Auto ist aber kaputt. Oh, oh, ja, das ist aber kaputt. Ich nehme mal lieber ein anderes. Ja, nee, wobei, ich will die Bugatti schon behalten. So, okay. So, alles klar. Dann müssen wir jetzt mal los. Och, nein. Ich habe ganz vergessen, dass das ja so ein Krampf damit ist. So. So, dann sehen wir mal wieder bei Markus hier. Kaufen wir uns bei uns wieder die Sachen ein. Und gucken mal direkt, ob der Werkzeugladen hier vorne offen ist. Wenn ich hier gerade beim Dealer gerade war, der war dahinter. Oh ja, könntest du die in die Richtung kommen? Oder was ist jetzt deine Mission? Ich muss ganz kurz ADAC. Da bist du gerade vorbeigefahren. Ah ja, perfekt, der ADAC kann es ja gut herkommen. Ja, ja, genau. So, aber ich habe einen Polizisten bei mir drin, der aber freundlich ist. Aber ich würde den ganz gerne... Es gibt keine freundlichen Polizistin. Nein. Das war ich nicht. Oh, was ist hier denn los? Okay, Leute, ab geht's. Weiter, 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 weiter. Oha, er ist ausgestiegen. Sorry, ich muss doch jetzt aber auch los. Oh, sorry. Wir müssen leider weiter. So, alles klar. So, ich habe jetzt erst zwei Sterne halt, ne? Okay, ich habe drei, ich habe drei. Was ist dann quasi jetzt? Was machen wir jetzt als nächstes? Nochmal Juwelier gucken? Ja, alle Bank. Juwelier war glaube... Ja, Juwelier war noch was drin, wenn es nicht wer anders gemacht hat. Okay, okay. Okay, Leute, zweiter Versuch beim Juwelier auf dem selben Server. Äh, diesmal wird es nicht so leicht für euch. Ich kann es euch versprechen. Oh, das ist ein... Komm, wollen wir einfach die Kopfschule ausschneiden? Ja, 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 komm, komm, komm. Hier direkt, hier direkt. Nein! Ich bin unsichtbar. Was ist jetzt los? Oh nein, was ist ein Megaleck? Megaleck. Megaleck. Ich wollte ihn einmal schlagen. Mein Auto fährt nicht mehr. Ich wollte ihn einmal schlagen. Oh, ich glaube, heute ist irgendwie kein guter Tag für Roblox. Da, da, er kommt, er kommt. Oh, ich habe ihn geschobst. Ich, ich spähe ihn von vorne zu. Yeah! Sehr gut. Ja, stimmt. Schön auf die Reifen. Zwei Schüsse reichen ja eigentlich aus, Alter. Richtig nice. Mit der Shotgun. Das ist gut an der Shotgun. Ja, Mann, das stimmt. Reifen zerschießen. Okay, wir fahren weiter, Leute. Und wieder 600 geblecht. Nee, nur 548, das geht ja noch. Um 450 bekommen. Oh, die Brüge voll. Hier ist das Kopf. Hier ist ein Kopf. Kommst du Richtung Juwelier oder wo bist du? Ja, ja, aber zu, ich bin hier bei diesem Dealer hier vorne. Hier ist ein Kopf. Fang schon mal an. Kitten hier. Oh, nein. Hier ist ein Kopf. Ich glaube, der ist freundlich. Der macht nichts. Ja, der macht natürlich nichts. Okay, ich komme angefahren. Das ist gut, das ist gut. Ist auch gut gefüllt hier gerade. Da bin ich. Ui, Alter. Ah, jetzt fliegt ein Schiesener. Ja, mach das. Oh, diesmal kriegen wir Beugs im Demo. Diesmal ist es soweit. Diesmal ist es soweit. Du kannst nachladen, während du einsammelst, habe ich dadurch festgestellt. Also, wenn du während du eh gedrückt hältst, quasi einmal erdrücken Feuer und dann... Oh, schön. Alles heute hier mitnehmen, Leute. Ich bin die Taschen füllen, wir brauchen noch zwei Sterne. Jetzt kommt auch kein Kopf, weißt du, bin ich hier alleine, Alter. Kommen drei Kops hierher. So, okay, hier kommen wir mal ein paar Autos gleich. Ja, noch ist hier ein paar Ketten. Es lohnt sich jetzt halt so, wenn da so schnell geht, auch gerne die einzelnen Dinger mitzunehmen. Ist einfach so. Vier Sterne habe ich hier schon. Ich glaube, ich habe mal die eine. Ich habe zwei immer noch. Hä? Ich habe mir auch schon recht viele Vitrinen gerade kaputt gemacht. Bringt das Verkaufen auch Sterne? Äh, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe noch auf ein, zwei Kops geschossen. Hier ist noch ein Automat. Kopfschießen bringt wahrscheinlich noch viel aus. Äh, ja. Und ich müsste einmal langsam wieder meine... Automat ist ja eigentlich auch erlaubt. Ja. Ich gehe kurz zum Dealer. Ja, ja, ich auch. Ja, danke. Vielleicht ist da jetzt da. Und ich gebe mir mal mein Geld wieder hier, was du mir schon abgelookst hast hier immer wieder, ey. Zack. Oh, ich dachte gerade, Junge. Viele Leute, die hier schon wieder sind. Und Schmuck mal alles verkaufen. So, sehr gut, Leute. Zack. Dann habe ich mein Schwert bereit. So, let's go. Let's go, let's go. Oh, das ist der, das ist der, das ist der. So. Den wir eben verledigt haben. Der hat sogar noch die zwei platten Reifen. Wo, ey. Wo schreibt der eine? Okay, ich glaube, wir müssen... Oh, ja, hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er kommt. Ja, bin ich fertig. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Wie stumpf, das war so dumm. Hier schießt einer. Oh, ja, da hinten, ich sehe es. Ich fahre ihn an. Als ob der jetzt gegen uns ist. Das wäre der, den ich gesagt habe, ich bin fake. Oh, ey. Sonst was im Leben. Ja, nö. Der hat ja... Irgendwie hat er geschossen hier. Also. Ey. Macht ja keinen Spaß hier. Sorry. War er jetzt nicht gegen uns, oder was? Hat der nicht auf dich... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass... Ja, aber er ist gut geschrieben. Du hast gut geschrieben. Du hast gut geschrieben. Wart mal kurz hier, Leute. Geht gleich weiter. Ähm. Ja, ich bin gejagt von Polizisten. Hilfe. Hast du auch bekommen? Oh, lol. Okay, ich habe ihn down bekommen. Und ich habe fünf Sterne. Alter, mit ihm habe ich jetzt fünf Sterne bekommen. Alter. Das ist aber wieder derselbe gewesen. Das ist ein Auto noch komplett schockt gewesen. Der hat sich ausgelockt. Null. Ah, okay, okay. Der arme, ey. Der wurde jetzt schon echt noch Tropfen genommen. Ja. Tut mir leid. Aber, danke schön. Durch ihn habe ich jetzt nicht fünf Sterne. Da rein. Tag. Hier, wo bist du? So, wir rasen. Ich bin da ja bei der Tankstelle, Aris. Mach gerade Speedrun, wie ich hier die Kassen ausraube. So müsste das eigentlich jedes Mal laufen. Und 2500. Nice. Wo los geht's, Leute. Nochmal Taui. Nochmal Taui, Alter. Sehr gut. Tag, nochmal 500. Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also rein theoretisch dürfen wir. Wir dürfen keine Bomben. benutzen. Aber rein theoretisch dürfte er ja, oder? Eigentlich schon. Deswegen, ich bin gerade auch schon... Nur Sachen, die im Rabatt sind. Ich bin gerade auch am Dings vorbeigefahren. Und wenn jemand... Polizei, Polizei, bist du bei Aris? Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich schieße sie ab. Ich schieße sie ab. Ich schieße sie ab. Oh, das ist nicht gut, wenn die gute Kopf... Wo ist das? Ich weiß nicht. Aber schieße einfach... Ey, Leute, ganz so mehr als ich kann das. Das ist also... Ne, falsches Spiel. Ja, nein. Dann sei kein Kopf. Wir machen 5-Sterne-Challenge. So, Leute. Alles klar. Danke, Ehrenmann. Ich guck mal, vielleicht ist ja jemand schon die Bank am Aufbau. Ich schieße den jetzt einfach ab. Dann kannst du einfach reingehen, deswegen. Ich schieße den jetzt einfach ab. Ich schieße den jetzt einfach ab. Okay. Er hat gefragt, ob ich Video mache. Ich habe ihm das vorher gerade erklärt. Also... Also... Sorry für dich, aber du bist der Grund, warum ich 4 Sterne habe. Sehr gut. Durch... Durch dich habe ich jetzt 4 Sterne Ehren... Ey, der verfolgt mich. Ehrenmann. Das ist ein Polizist. Äh, lol. Ich habe ihn voll veralbert jetzt. Lol. Ey, Bank wird ausgenaubt. Bank wird ausgenaubt. Oh, nee, doch nicht. Bank, Bank, ich komme. Ich komme. Ich war nur eine Bombe, der hat hier einfach eine Bombe nur raufgepackt. Aber hier ist ein Polizist. Den kannst du wegknallen. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin noch weh. Äh... Äh, Kassimki kommt auch mit. Warte, ey, ich dachte... Ey, Kollege, wie gesagt, sorry, dass ich dich jetzt abgeknallt habe. Aber danke für dich. Also, ey, jetzt ist mein Auto kaputt gegangen. Ich hasse dieses Game manchmal, ey. Hier ist auch ein Kopf. Egal, ich gehe jetzt auf alles. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich habe ihn erledigt. Ich habe 5 Sterne. Sehr gut. Okay. Passend dazu ist mein Auto kaputt. Und da ist mein Taxi. Oh mein Gott. Lass uns noch mal kurz beim Juve vorbeischneiden. Ja. Kurz. Okay, dann haben wir jetzt wenigstens von den Sternen wieder gleich auf. Ich glaube, ich brauche Munition, aber... Sorry, Loco-Fan. Aber das ist immer das Risiko, wenn ihr bei uns mitfahrt. Ist das wie es ist? Gleich beim Juve? Ja, Mann. Zweimal saftig geblitzt worden, Alter. Oh, glaube ich dir. Ui. Oh, ich finde die Wand einmal. Die sieht sehr gut aus, habe ich gesehen. Oh. Oh, ist doch alles leer. Aber das müsste doch eigentlich gleich, gleich wieder... Ich meine, das haben wir ja ausgerobt, oder? Ah, tschüss. Tschüss, Leute. Bye, bye. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, liken, abonnieren nicht vergessen und so weiter und so weiter. Uluh, uluh, uluh.